Hanna Ritschner aus der GSSR, sie kommt aus Brünn, unterdessen international auch eine bekannte Turnerin, viertbeste Vornote. Eine gute Übung, eine schöne Übung, aber sie wird wahrscheinlich Oksana Omeljancic nicht mehr vom dritten Platz verdrängen können. Es ist sicher, auch die zweite Entscheidung ist gefallen. Hier in Helsinki, Europameisterinnen am Stufenbahn sind also Maxi Knauk aus der DDR und Jelena Zhuzhinova aus der UDSSR mit jeweils 19,925 Punkten von Platz 3. Oksana Omeljancic aus der UDSSR mit 19,825 Punkten. Der Grätschsalto, sehr schwierig, aus dem Siegriss geturnt, wie Hanna Ritschner überhaupt hier sehr überzeugt hat, auch mit ihrem vierten Platz in der Mehrkampfwertung. Aber im Finale wird es wohl nicht zu einem Platz auf dem Treppchen reichen. Der Grätschner, sehr wichtig, aus dem Siegriss geturnt, wie Hanna Ritschner. Der Grätschner, sehr wichtig, aus dem Siegriss geturnt, wie Hanna Ritschner. Vielen Dank.